Ich sag mal so, klassische Let's Plays sind tot. Die Zeiten, in denen sich Zuschauer storygetriebene Let's Plays von A bis Z bei dir angeguckt haben, sind gezählt. Heute regieren Multiplayer-Titel, Online-Schlachten und Cut-It-Gameplay dort, wo einst dem Singleplayer-Titel der Wahl noch die Zeit gelassen wurde, seine Atmosphäre zu entfalten. Wir haben keine Zeit mehr und die Zeit, die wir haben, die muss genutzt werden. Ist doch so, dass wenn du ein Let's Play auf YouTube suchst, dann doch meist nur, um zu gucken, ob dir das Spiel gefällt. Denn wenn das Spiel geil ist, holst es dir selber, lässt dich nicht spoilern und guckst nicht mehr zu. Und wenn das Spiel schlecht ist, holst es dir nicht, aber guckst auch nicht mehr zu. So oder so ist der Verlust an Views innerhalb der ersten drei Folgen eines klassischen Let's Plays gewaltig. Und zwar so gewaltig, dass sich bereits von Folge 1 zu Folge 2 alles halbiert. Was du gewonnen hast, ist eine Zuschauerschaft, die deine erste Folge nicht als Einstieg in eine LP mit dir zusammen, sondern als Review des Spiels nutzt. Ein Angezockt. Selbst bei YouTube-Größen, die einst dafür bekannt waren, mit ihrer fetten Erzählerstimme durch abenteuerliche Geschichten zu führen, erreichen heute storygetriebene LPs nur noch ein Fünftel der Aufrufe, die die Multiplayer-Titel desselben Kanals erreichen. Und das selbst nach Tagen. Ich mein, klar macht es Spaß mit einer festen Zuschauerschaft, eine Geschichte von A bis Z zu erleben und jeder, der großartige, inhaltsbezogene Kommentare seiner Zuschauer erhält, weiß, wovon ich rede, aber es, und ich sag jetzt das böse Wort, rentiert sich nicht mehr. Oder was meinst du? Und jetzt gehst du? Untertitelung des ZDF, 2020